Zu hohe Strahlung. Wir müssen außen herum. Mehr nach. Bloß nicht aufheilen. Vorsicht. Hier ist alles radioaktiv verseucht. Wenn du zu viel aufnimmst, bist du tot. Bereithalten. Kontakt. Feindliche Patrouille direkt vor uns. Unten bleiben und nur langsam bewegen. In unseren Tarnanzügen kann man uns nicht sehen. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Schöne, Zahai'v platte dir gute Geld, um diese Tarnation zu kontrollieren. Wenn du dich nicht gut bist, dann würde du dich aufnimmst. Wenn du dich aufnimmst, dann würde du dich aufnimmst. Und wenn du dich aufnimmst, dann würde du dich aufnimmst. Einen ausschalten, wenn der andere nicht hinzieht. Er ist erledigt. Gute Nacht, Bewegung. Moment. Auf der anderen Seite haben wir mehr Deckung. Vier Ziele sind drin. Denkt nicht mal dran. Dort waren wir. Ziel am Wagen. Leise ausschalten oder ziehen lassen. Deine Entscheidung. Okay. Los. Aufrücken. 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 Wir machen jetzt. Aufrücken. Das war's für heute. Das war's für heute.